Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, das schwarze Auge Satinavs Ketten. Wir können jetzt in das Kellerloch eindringen. Was ist da unten? Es ist dunkel. Willst du einmal für mich nachschauen? Nicht jetzt! Ähm... Ja... Warum kann ich da nicht runter? Es geht tief runter und es gibt keine Leiter. Vielleicht den Scheme. Ich muss das Ziel im Auge behalten. Ich habe aber kein Ziel. Geh mal da rüber. Können wir den Stock da nicht nehmen? Ausrüstung. Aha. Ich habe also meine Ausrüstung wieder. Und das bringt mir jetzt ehrlich gesagt auch nichts. Hey, wir haben noch Stroh. Das könnten wir anzünden. Aber ansonsten ist hier nichts. Wir könnten da Stroh vielleicht ins Kellerloch schmeißen. Ach nein. Oder erstmal anzünden. Stroh brennt? Das muss ich niemandem beweisen. Tja. Wir könnten einfach die Tür aufmachen. Solange der Unheut draußen wacht, wäre das Selbstmord. Okay. Dann müssen wir da irgendwie nach unten. Ins Kellerloch. Und das Seil können wir uns ja nicht mehr nehmen. Das heißt, wir könnten die Decke... Nee, das würde nichts bringen. Auf der anderen Seite hängt sie noch durch. Ah, vielleicht die Säge drunter. Ich glaube nicht. Das geht so nicht. Warum denn nicht? Vielleicht Stroh. Erst muss ich die Decke an beiden Seiten befestigen. So hält die Decke noch nicht. Wie denn? Mit einem Messer vielleicht? So. Jetzt soll das Biest nur kommen. Und wenn es im Dunkeln sehen kann? Hm. Ich sollte die Falle tarnen. Ja, noch ein bisschen Stroh. Gut. Das muss klappen. Nuri. Du kannst jetzt... Nuri? Verdammt. Das war dieser typische Schrei, der auch in vielen Filmen vorkommt. So, dann gehen wir jetzt aber mal raus. Und schauen, was mit Nuri los ist. Nuri? Wache auf. Wir müssen weg. Was? Wo bin ich? Keron? Kommst du runter? Kletter zu mir herunter. Ich bin so müde. Lass mich noch etwas ausruhen. Das geht nicht. Wir müssen hier weg. Komm schon, Nuri. Wir können hier nicht bleiben. Keron! Ich will nicht mehr. Das hat nichts mit Wollen zu tun. Wir müssen hier weg, sonst geschieht etwas Schreckliches. Ich kann nicht. Geh ohne mich. Nö, 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 nö. Ich sag dir, was der Feenforscher zu mir gesagt hat. Ich habe den Feenforscher gesprochen. Ich weiß, wie alles wieder gut wird. Wirklich? Ja. Wir bringen dich zurück in deine Welt. Nein, niemals. Ich bleibe hier. Es ist der einzige Weg. Dort bist du sicher vor dem Seher. Und du kannst wieder richtig zaubern. Und Andergaast wäre auch gerettet. Hör auf, hör auf, hör auf! Nuri! Geh weg! Wenn wir noch lange hierbleiben, kommt die Kreatur zurück. Oder der Rabe. Ich habe keine Wahl. Dann lügen wir halt. Es... Es gibt noch eine andere Möglichkeit. Der Feenforscher erzählte von einem Feentor im Norden, am Ende der Welt. Es führt in ein wunderschönes Reich. Weit weg vom Seher. Dort wärst du sicher. Wie heißt das Reich? Fanglari. Es heißt Fanglari. Und er hat mir auch gesagt, wo wir das Tor dorthin finden können. Fanglari. Ja, aber um dorthin zu gelangen, musst du sofort runterkommen. Ich kann nicht. Es ist nur ein Hopser. Schau, ich fang dich auf. Bau mir eine Treppe. Eine Treppe? Wie soll ich dir denn eine Treppe bauen? Also gut. Ich lasse mir etwas einfallen. Äh, ja. Bin gleich zurück. Was haben wir denn so schönes für eine Treppe? Wir könnten den Arm hinstellen irgendwie. Hatte schon bessere Einfälle. Wenigstens die Balken sind noch stabil. Hm. Können wir nicht da raufklettere, stürzt das ganze Dach ein. Was vielleicht gar nicht das Schlechteste wäre. Ja, genau. Das hatte ich auch gemeint. Da fällt sie gleich mit runter. Wir hätten die Balken. An die Balken könnten wir die Säge anbringen. Oder abschneiden. Schau, die Treppe. Komm jetzt. Ich weiß nicht. Ich möchte einfach nur schlafen. Nuri! Erzähl mir mehr von Fanglari. Ist es schön dort? Ja, das Land Fanglari ist ein schönes Land. Fanglari ist ein Reich voller Magie. Der Himmel dort ist grün. Wie die Weiden im Sommer. Und die Sterne funkeln sogar bei Tag. Ich habe noch nie einen grünen Himmel gesehen. Und wenn du nicht schnell herunterkommst, wirst du ihn auch nie sehen. Was gibt es dort noch? Ja, du bist frei. In Fanglari ist jeder frei wie ein Vogel. Jeder kann dort fliegen. Selbst ein Mensch wie ich. Wir könnten zusammen durch den Himmel fliegen. Es gibt sogar... Regenbogenbiber. Aber nur im Sommer. Danach fliegen sie in den Süden, in ein anderes Reich. Wenn du sie dieses Jahr noch sehen willst, müssen wir uns beeilen. Das klingt seltsam. Was gibt es dort noch? Zaubern kannst du da. Das Unglaublichste ist, jede Fee kann in Fanglari zaubern. Ganz ohne Schmerzen. Wird sie nicht schwach? Es ist doch ein fremdes Reich. Alles in Fanglari ist voll mit Feenzauber. Darum verlierst du keine Kraft, sondern benutzt die aus dem Wind oder aus dem Meer. Du bist eins mit der ganzen Welt. Das klingt schön. Das will ich. Ja, dann musst du bloß noch herunterkommen. Komm herunter. Dann führe ich dich nach Fanglari. Ich versuche es. Aber ich brauche noch eine zweite Stufe. In Ordnung. Aber dann kommst du auch wirklich runter. Versprochen. Okay, eine zweite Stufe. Dann müssten wir eigentlich nur mit dem Arm hier anfangen. Nicht so. Das bringt nichts. Das geht so nicht. Warum? Warum? Warum nicht? Ah ja. Wir haben ja noch den Scheme. Gleich hast du es geschafft. Das ist mit Herrn Rabe. Wir müssen auf ihn warten. Wir lügen ihn an. Äh, lügen sie an. Ich habe den Raben schon vorausgeschickt. Er wartet bereits auf uns. Also gut. Du musst mitkommen, jetzt. Back. Back, back, back. Schon wieder so ein Back. Gerons Worte gaben Nuri neue Kraft. Sie wollte alles wissen, was der Forscher ihm über das Verborgene Reich erzählt hatte. Wo lag es? Hinter den Bergen? Hinter den Sümpfen? Warum war es so geheim? Sie stellte sich ein Land ohne Zeit vor. Ohne Erinnerung. Und ohne Zukunft. Ein grenzenloses Land ohne Horizont. Gerons Lüge nahm Gestalt an. Und in Nuris Kopf entstand das verzauberte Reich von Lavi. Unterdessen trug der Fluss das kleine Boot nach Norden. Der Schmugglerstadt Enqui entgegen. Den stinkenden Schwefelseen der Brinasca marschen. Selbst Nuri gefiel es hier nicht. Sie sah ein, dass sie Gerons Welt verlassen musste, solange der Seher hier nach ihr suchte. Das machte sie wieder traurig. Aber vielleicht konnte sie Geron ja mitnehmen. Warum nicht? Weil es unmöglich ist, Nuri. Ich muss nach Andergast zurück. Goswin? Menanda, Goswin? Was ist denn in Andergast? Es ist meine Heimat. Macht bitte auf! Das ist doch das Haus, das uns beschrieben wurde. Vielleicht ist niemand zu Hause. Da muss jemand sein. Wir brauchen dieses Prisma-Ding. Der Feenforscher hat gesagt, es ist der Schlüssel nach Fanglari. Sucht ihr Menanda Goswin, dann verschwendet ihr eure Zeit. Wie meint ihr das? Sag du zu mir. Hier mag niemand dieses förmliche Gewäsch. Goswin wurde tot aus dem Sveld gefischt. Vor etwa einem Jahr. Wer bist du? Wer bist du überhaupt? Mein Name ist Jarre. Ich bin Geron. Und das ist Nuri. Und ihr beide seid zum ersten Mal in Enqui. Woher... Woher ich das weiß? Ich höre zu. Ich bin das Orte Gassen. Und ihr flüsterndes Gewissen. Beeindruckend. Ich kann euch auch das ein oder andere besorgen. Ja, warum ist denn Goswin gestorben? Wer hat Goswin das angetan? Er sich selbst natürlich. Wie eine Menge anderer Leute in der Stadt. Und was steckt wirklich dahinter? Oh, in Enqui kann man sich die verschiedensten Feinde machen. Schmuggler, Walfänger, Torwaler. Frag dort im Badehaus, wenn du mehr erfahren willst. Wenn du Glück hast, plaudert die Baderin für umsonst. Weißt du etwas über das Prisma? Goswin besaß ein Prisma. Weißt du etwas darüber? Ein Prisma. Ohne dass mein Beutel klimpert, weiß ich nur, dass Goswin eines hatte. Was weißt du denn darüber? Auch nichts weiter. Vorsichtig, hä? Solltest du auch sein. Ende. Bis später. Gib auf deinen Rücken acht. Wie, was, wo? Was? Ah. Ahoy. Wir haben ja eine Effert-Statue. Ich würde mich nicht so lässig an ein Abbild eines zornigen Meeresgottes leben. Ja, dazu sollte man schon ein Liebling der Götter sein. Vielen Dank für den Regen, Effert. Ja, im Spiel regnet es und bei mir fängt es auch gerade das Regnen an. Ich hoffe, das hört man nicht. Und wenn nicht, ihr wisst, was es ist, wenn es dann plötzlich so, ja, Regengeräusche halt macht, ne? Okay, hier wäre Gerümpel. Die werfen ihren Abfall einfach auf die Straße. Ganz wie zu Hause. Wer wirft diesen kostbaren Handspiegel weg? Ah, er ist gesprungen. Können wir hier wieder herstellen. Ich habe doch gar nichts gesagt. So, hier hinten ist nichts. Da hättest du die Effert-Statue, da ist Goswins Haus. Da kommen wir eh nicht rein. Du glaubst mir wohl nicht. Der Mann ist tot. Ich will da aber rein. Verstehst du das nicht? So, wir können entweder dahinter oder wir reden erstmal mit Nuri. Sag mal, Nuri. Was kannst du mir denn über Enkwi sagen? So weit war ich noch nie von Andergast entfernt. Ich mag es hier nicht. Alles ist so dreckig. Und die Menschen sagen alle etwas anderes, als sie denken. Sogar die Tiere. Lass uns hier verschwinden. Ich will aufs Meer. Was willst du denn auf dem Meer? Es ist so weit. Und wir wären so frei. Wir könnten überall hinfahren und die ganze Welt sehen. Mal sehen. Vielleicht später. Wir sollten uns vielleicht ein bisschen unauffällig verhalten. Verhalte dich normal und unauffällig. Ich bin einfach ich? Nein, Nuri. Genau das sollst du eben nicht sein. Irgendwie geht das. Ich suche mir einfach eine Beschäftigung. Ganz leise und unauffällig. Ja, wir müssen das Prisma noch finden. Das Prisma ist sehr wichtig. Es zeigt uns den Weg nach Fanglari. Woher weiß das Prisma den Weg nach Fanglari? Tja. Hm. Es wurde sicherlich einst dort erschaffen. Gibt es Zauberschmiede in Fanglari? Sieht so aus. Ja, der Rabe, der wird wahrscheinlich nicht mehr auftauchen. Solltest du den Raben irgendwo sehen, gib mir sofort Bescheid. Ich vermisse ihn. Versprich mir, dass du bei mir bleibst. Keine Angst. Ich pass auf dich auf. Tschüss. Bin gleich zurück. So, dann schauen wir doch mal nach rechts, was wir hier noch so finden. Hier hätten wir eine Plane. Fest verknotet. Fest verknotet können wir auseinanderschneiden. Für den ein oder anderen Gefallen schaue ich nicht hin. Tu, was du willst, Schlapphut. Ja, wir haben mal in den Enterhagen gefunden. So etwas habe ich noch nie gesehen. Dein Leben, nicht meins. Ja, genau. So, wenn wir hier weiter nach rechts gehen, haben wir hier noch eine Tür. Und einen Betrunkenen. Aber was es mit den beiden auf sich hat, also den Betrunkenen und der Tür. Beziehungsweise dem Haus allgemein. Das seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.